da sind wir wieder so ist aber leider eigentlich vergessen mein buchstaben hier ein gefrorener wasserfall genau so wir spielen jetzt immer noch irgendwie verstecken mit fangen und verstecken mit der tante da so wie ich glaube da gibt eine nebenmission so ist aber unser magma dabei vielleicht gefällt man mit bonita auch mal was machen einfach noch nix so wie das wenn du einfach jetzt mal ein feuer stürmen lernst das heißt das ist ja schniedeck kann man einfach nie fangen ne oh da waren wir zu verflügelig hier ne ja das ist ja das ist ja so gut die schneebelli hier ne ja hau ab das ist ja gut blöcke auch kein mensch ne Ein gefrorener Wasserfall Wie worden? 41 oder wie das war? Kann man das nur rumgehen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß nicht, dass er mir ein bisschen merkt, das kann ich mir schon, ne? Ich weiß nicht, dass ich wieder attacken kann, die sind. Hm, probieren wir es mal aus, ne? Wir haben halt noch ein... Ne, ja, willst du mir in die Bullock schon kriegen? Oh, das ist aber schön! Piu! Leistungskies! Nachts gefangen! Oh, das ist aber schön! Aprikoko, na endlich! Ich werde aber ganz gern auch mal wieder so Sachen haben... Ah, da unten ist sowas! Wenn ich da jetzt runtergehe, dann sterbe ich wahrscheinlich, ne? Nee... Nee... Ich habe überlebt! Gut! Ja! Ich kann mich da noch nicht gebrauchen! Ich bin schon ganz gespannt, was mich da jetzt erwartet wird! Äh... Fangen! Spielen! Ich muss jetzt hier spielen, da auch nicht. Das ist die Aufknappe, ich... Ich muss hier mal wieder aufpassen, ne? Ich werde jetzt auch versuchen, diese Mäse, nicht zu sein. Ich hab mich auch... Scheiße! Neue Änderer... Sonst auch nicht. Das ist der, der hier ist doch nicht. Sonst auch nicht. Ja! 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 Na ja! 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 es ist ein klasse items Wo ist mein gefrorener Wasserfall? Dann finde ich ein ICOGNITO! Jetzt sind die nicht noch irgendwie... Aber noch mal irgendwo so ein Ding hier, so geisterlich, die sind jetzt hier nicht unterwegs, oder? Nie bei so vielen Höhlen! Kommt der nicht normal automatisch, des Dings nie, Boss? Ja, sag ich doch! Und da kann man dann auf einmal wieder ganz normal laufen. Ja, weißt du, wie dein Waschkabee, kannst du da irgendwie überall hinfliegen, Diggi! Ei, 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 ei! Hallöchen, Captain Kay! Ja, bestimmt kannst du das! Ja, eigentlich ist es schon sehr lang. Wo ist die Tante jetzt? Ja, oben! Dann holen wir bestens mal die verlorenen Items da, ne? Manchmal traut man sich das mit Snee-Boss und manchmal halt einfach ohne Snee-Boss und manchmal halt einfach nicht mehr. Ich finde ich irgendwas interessantes, wenn ich da von oben ganz oben runter schaue. Oh, da ist ein Digg-Spot! Ne? Das fliegt aber komisch. Oh! Oh! Kann sich nicht eins im Flug fangen oder wie war das? Wird so weit weggeschossen tun, ne? Ach, dann leck mich doch! Zieh, 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 zieh! Ja, so wird man so eine Federbille auch los. Das ist so ein bisschen gefährlich, als wir haben jetzt. Stau, ich melde einfach neu. Oh! Schaut ein bisschen gefährlich aus hier jetzt, ne? Was ist das? Königsblatt. Oh, meine Taschen sind voll edel worden. Oh, alters Wecker, ich sterb! Hey, da ist noch mal so ein Ding ins. Und das will ich haben. So, das kann man jetzt hier nicht gebrauchen. Großartig. Ah, Leistungskies. Das geben wir jetzt mal unserer Magma. So. Herstellen. Ah, Azul-Glanzstein. Das. Jetzt ist es. Pff, braucht kein Mensch. Fitlauch. Da, ich muss, wir müssen wieder Fitlauch suchen, ne? Hals baue ich ja immerhin auch noch. Geräte sind ja wieder unterwegs. Ich muss mal die Markierung haben. Hallo? Ja, ganz genau. Schau dir das an, ich habe das so viel mit roten Augen. Nee. Oh, was war das jetzt hier? Da drüben ist man markieren. Ja, Leute, ich habe jetzt keine Zeit mehr, euch zu spielen. Ich habe Angst. schau dir das an. Oh, das ist's. holz 10 gegen 1 wo ein geisterlicht baby nicht mehr verblingskabel sind nein macho mei alles klar doch drauf rechts da liegt Tschüüüüß doll mit tycker Tüüüüüüüü highly Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüke mal so pauschal sagen. Den machen wir so weg. Wo ist der gefrorene Wasserfall? weiter geht's mal wieder mit den militärischen oh ne ich muss jetzt echt da bis da hochklettern ich will bloß hoffen dass ich auf dem weg irgendwas cooles find hier jetzt hab ich da nicht mehr keine lust drauf hm vorbeigegritt meiner versteckten Items suchen und da ist ein Süßdrüffel ich wollte das eigentlich nicht so machen aber gut dann machen wir das halt so mal wieder jetzt die 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 Perfekt. Und ab in den Bade-Main-Fäuer. Ja, ich wollte das zwar jetzt ein bisschen anders und eleganter wenigstens, aber mach dir nichts. Vielleicht ist es ein bisschen neu erfolgt wird. Wo ist jetzt der gefrorene Hasafall? Da gibt's die Viecher. Komm her. Gut, 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 gut. Wir legen einfach hier so eine Spur her. Komm her. Klim, klim. Aha. Ich mach mal jetzt mit dir auf. Hey. Geronimo. Jetzt hab ich halt immer noch kein Galopper, aber ist ja wursch. Wir haben jetzt schon mal ein Magma. Ja. Ein Kadabra, Alter. Mein absolutes Favourite. Der Lieblings-Kokémon. Bums. Aber ich hab noch gar keine Abra. Aber ist ja wurscht. Wenn ich das mache. Und hier stirbt jetzt halt nicht. Oh, ich hab gar keine Unwichtigkeit dabei. Ja. Aber wenn ich jetzt Knasher einsetze, ist es wahrscheinlich tot, ne? Ah, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Es geht einfach nicht. Ich war einfach die letzte einzige Chance, die ich hier hatte einen Kadabra. Ne, das ist noch eins. gemacht ist einfach war irgendwie klar habe ich aber auch langsam nix vielleicht hat man glück amigaglück genießen ja ganz genau ist jetzt genießen kein schaden so wo ist jetzt unser eigenes wasser schon leistung ist attacke gemeister attacke gemeister wo ist das noch nie gekämpft dieses rihorn aber das meister seine attacke das finde ich mal ganz cool die 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 mittlerweile schwimm ich irgendwie wieder ein aprikuku und so ein scheiß ich kann ja auch ein bälle herstellen äh ich schweige denn mein ding ist nicht voll ne wo ist denn das wo ist denn das ja probieren wir mal aus ne sowas müssen wir auch noch herstellen ne die die eine nehmen hallo da sind wir wieder nein ich finde es stinklangweilig da du bist doch nicht mehr ganz dicht pfff pfff oh rätsel lösen pfff 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 na die ist doch was ich erkenne nichts Das ist ja ganz cool, dass du da auftauchst, Bronzo. Ja, wir haben halt einfach keine Zeit mit dir zu spielen, ne? Das geht jetzt eh nicht kaputt. Jetzt wird auch ein eigenes Grab geschaufelt. Die Frage ist doch. Ich will nicht mit dir spielen, kannst du nicht mit dir spielen, ich will nicht mit dir spielen. So, Bronita darf zuerst angreifen, weil sie bestimmt Glut anschauen. Wenn sie jetzt von Glut einreißen. Da sind wir mit so Low-Level-Pokémon überhaupt irgendwie durch das Spiel kommen. Das ist aber schon immer so gewesen. Also. Glitze, Glitze, Glitze. Das hier sind vier Augen. Und dann Steine erinnert. Vier Augen, Stein. Eiskriste, so vier Augen. So vier Augen, das ist Stahl. Vier Augen, vier Augen, vier Augen. Ja, auf jeden Fall Hygier, Hytran, die Hygier. Das ist Hygier, doch. Das ist das andere, ne? Hytran. Anahvieh vielleicht? Und sich die, die verschieben? Ne, untersuchen kann ich die bloß. Ein Pokémon draufschmeißen, bringt nichts mehr. Hm. Wollen wir sich da ein Gesteins-Pokémon draufschmeißen? Auf den dann ein Stahl-Pokémon? Ne. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aha, guck mal, der ist noch. Aha. Ich versäge jetzt schon wieder, damit wir spielen. Hä, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Sturmstoß. Ich versäge jetzt auch noch. Ich versäge jetzt ein Stahl-Pokémon. Ein Rätsel, ein Rätsel. Ich versäge jetzt mal ein Rätsel. Ah, da ist noch mal so einer. Das ist ein Stahl hier. Eiskristall. Kann man wo die Statuen hinschauen? Stein. Eis. Stahl. Wo die Statuen hinschauen? Stahl. Das ist das... Nee, Eis im Boot. Das ist Stein. Aha. Stein. Also Stein, Stahl, Eis. Na, Gott sei Dank. Das ist voll was zu sprain, ne? Oh, da ist so ein Gerät. Okay. Also. Haben wir dann... Eis. Eis. Stein. Stahl. 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 Stein. 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 Eis. Stein. Hä? Eis. Wir haben doch fünf. Das ist doof. Eis. Stein. Eis. Stein. Stahl. Eis. Stein. Stahl. Stein. Eis. Eis. Stein. Stahl. Stein. Also. Eis. Stein. Stahl. Stein. eis irgendwie war ich irgendwie einst zu viel dran ein rabatt du das ist ja ganz genau das ist wirklich gut muss ich jetzt merken was wir riesen ding also stahl stahl eis stahl eisstein stahl eisstein ein paar stahl eisstein ein stark aus stahl stahl Stahl-Eis-Stein-Stahl-Eis-Stahl-Stein. Also Stein-Eis-Stahl-Stein-Eis-Stein-Eis. Also Stein-Eis-Stahl-Stein-Eis-Stein. Ne, das ist doch falsch. Stahl-Eis-Stein-Eis-Stein-Eis-Stahl-Stein-Eis-Stahl-Stein. Puh. Doch mal wieder irgendwas für's Brain machen, ne? Das schaut so aus, als ob der Bugion aufstaucht. Puh. ÄLP, weiß nicht. Holy Dude, ey. Ein Kidier. ich will mal mein flugball ausprobieren da muss ich jetzt gegen so ein Elite-Freak-Pokemon antreten oder was der Gladianty der Gladianty Stigi, bitte geh mir nicht auf den Keks ich hab Angst ich muss hier schnell weg Und mit dir kämpfe ich gern. Gucki zucki hier. Ja, hier ist Geist eigentlich. Hypnose! Ja. Boah, Alter, ich neulich jetzt. Ich geh Hartz-Infarkt. Ja, Hurra, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ja. Na, aber unbedingt. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Naja, die Hütte. Ich bin da, ich bin da. Ich würde mal sagen, wenn ich das Magdbrand schon mal los wäre, könnte ich mit meinem Zivarro noch ziemlich gut gucken, ne? Boah, ich kann nicht sterben, das ist halt schon übelst hart, oder ne? Ja, ich weiß, das ganze Pokémon ist wie geil, aber ich habe das Obst, oder nicht. Ich liebe die Weibach. Ja, gerade, ich habe den Rest, hoffe ich, das wird mit meinem Ding gepackert. Nein, ich bin ja fast, nein, das ist, oh ne, bitte, Leute, Pflanzekampf, komm, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst jetzt stark sein, selber auch. Ich soll jetzt etwas gehen, ne? Das wäre sehr viel tief, das wäre auch sehr viel tiefer, der Mann. Ruhe, Volltreffer-Code. Boah, Leute. Ja, fast. Vielleicht habe ich Glück. Warum ist das auch nicht selten? Aber ich darf nicht, dass wir in einem Jahrhundert angreifen. Aber die sitzt nicht wie. Wenn du die Ware kaputt bist, dann habe ich verloren, ne? Wenn ich mit ihrem Volltreffer kriege, vielleicht bin ich die aneinander strecken, ne? Das ging, ihr habt die, äh, schnuppdi, 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 rupf. Das wäre nicht eisig, ne? Der hat ja nicht eisig. Der hat ja nicht eisig. Aber er macht das nicht. Ja. Hm. Warum sch heißt, die wandern also entweder hopp oder top, ne? Nja! Takke gemeistert, takke gemeistert. Jetzt kann ich meine Pokémon erstmal heilen. Ich weiß, jedes Mal. Das kotzt mich an. Wer wundert, dass man Laufen verliert in dem Spiel. Dankbarkeitspunkte. Ja, komm, komm. Dann rät halt jetzt da. Was ist denn los? Nö. Wie wär's? Wenn wir das jetzt einfach mal nett machen. Hm. Ja gut, äh, Schild war's. Vielleicht haben wir Glück. Aber so viel Glück hat kein Mensch. Wir müssen schon verdammt viel Glück haben. Das ist ein Stein-Hagel. Ich sag mal. Kraft-Technik. Und dem versprochenen Volltreffer. Alles aufeinander fällt, gell? Scheiß gewandert. Mit meinem Suchen-Sack-Pokémon hier. Darf ich den komplett ausleihen? Lass uns zusammen Flöte spielen. Und die Rutsch. Das war's? Der 있�ier ist eigentlich auch. Seitdem dankes habe die letzte region die ich da jetzt habe ein neues zeitalter na darf ich jetzt vielleicht mal mein gefrorenen wasserfall suchen ok dann probieren wir es einfach mal aus ganz genau leute die wo ist denn der gefrorenen wasserfall das ist ein geisterlicht gerät das dort aber ich will jetzt das geisterlicht hier haben das ist jemand der meine pokémon heilen kann oder heilen möchte hm hm ja dann leck mich doch ich kann mich doch irgendwie hm schade wo ist denn diese gefrorene wasserfall hier ist ja ein gefrorener wasserfall oder ein gefrorener wasserfall klettere hinauf ja ist das ein wasserfall hier oder was da mein asiusf zubi hier ich kann jetzt nicht gegen dich kämpfen also dann nein machen wir jetzt nicht wird es wenn man die pokémon heilen dann will ich vielleicht wir gehen erst in dieser nebenmission das ist auch noch ein lieben mission ja ja toll was ne richtung die vorne wasserfall mit dieser scheiß ja gut wir wurden das erste mal aus dann gucken wir mal weiter ne vielleicht gehen wir schnell zu dem eiskampffeld ach so ist gleich den kumpel könnte auch einfach unten durchlaufen ne ich wollte das irgendwie so ein ding ohne wiederkehr so eine schlucht halt ja cool schauen wir mal was es hier gibt ja mega affengeil ne aktiv bis besser wie wir als das früher mal eine eine normale attacke mit einer umricht attacke verwandelt hat kommt und dann fange ich dich ein so so schade so könnte man mit bonita auch ein bisschen trainieren ne löcheln wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen beim gefrorenen wasserfall vielleicht nein die wollte schon nicht verfickte wasserfall ne wird mir da nie wo r 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 es ist ja ganz cool das 20 mittlerweile so ziemlich 1000 millionen items kriegst um b zu bauen jetzt muss ich gegen den kämpfen oder wie oder was ja aber immer gerne doch ja empfiehlt ich mal wir sind jetzt ganz genau jetzt kommt hier noch ein match um ein ansteigen alles klar komm das machen wir jetzt noch schnell platter mit unseren low level und ich muss dagegen kämpfen oder was muss ich da machen sehr und staune also entweder ich verkacksetze aber dann höre ich auf oder ich gewinne und dann höre ich auf also es wurscht ich höre dann auch so oder so also das ist mir glaube ich schon ein wenig zu europäisch sollten sie erst noch mal ein bisschen trainieren gehen auch jetzt so jetzt jetzt wissen sie auch dann später mal irgendwie Äh... was soll ich machen? Ja, weil der Kreis ist ja noch ganz viel verschauen... Nein! Aufgeben! Wir machen das nächste Mal weiter! Ich geh jetzt erst mal Pokémon retten! Äh, Pokémon trainieren! Das ist mir... das... War mir klar, dass das mit den Schnelli-Poket-Mann funktioniert. Erstmal ein Galoppa und ein Rizaros und so weiter und das alles auf einem anständigen Dettel. Und dann ist das... Dann funktioniert das besser, ja. Ey, das hätte funktionieren können, dass wir zum Schnell-Poket immer mal wieder durchkommen, ne? So wie ich ganz andere Pokémon-Spiele auch durchgespielt habe. Ja, aber klappt halt jetzt nicht ganz so gut, ne? Mit den Boss-Fights. Aber gut, ne? Wir bleiben am Ball. Und das nächste Mal wird's gut. Dann, vielen lieben Dank wieder fürs Reinschauen. Wir sehen uns ab demnächst wieder in diesem Kino. Nachdem ich trainieren war. Euer gibt's nix. Tschüssi, jawoll! Hab euch lieb! Bis demnächst!